Hallo meine Lieben da draußen, ein ganz ganz herzliches Willkommen. Ich mache ja ganz kurz mal auf Anhalten. Ja, herzlich willkommen bei der Stan Lancaster Story. Ich freue mich natürlich, dass du jetzt wieder eingeschalten hast. Und unsere Stan Lancaster Story geht weiter. Ja, der Stan sitzt jetzt hier gerade mit, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ist Carolin Hermanns und die Carolin, ja, die hat, die ist einfach mit uns mitgekommen. Also Stan hat im Park gespielt, Musik gemacht, so mal ganz kurz von der Story her nochmal, hat Musik gemacht und hat die Carolin hier mit angeschleppt. Sie ist aber zu jung für das Ganze, aber man kann ja trotzdem freundlich sein. Mal gucken, was passiert. Aber unser Stan will natürlich eher die Eleanor. Mal gucken. So, Tag für Schön und wir könnten ja mal gucken. Wir drücken mal noch die Bewunderung aus. Und wir können, pass mal auf, wir machen mal so eine Star-Imitierung. Mal gucken. Oh, es gefällt ja. Dann machen wir mal ein Kompliment zu ihr. Wir erzählen mal einen schmutzigen Witz. Mal gucken, wie weit sie mitgeht. Krass, macht sie mit? Macht die jetzt? Was bringt ihr die ständig für ein Dings mit raus? Na gut, dann warten wir mal auf die. Und quatschen mal weiter. Das ist ja eigentlich ganz niedlich. Hat halt eine sehr... Ey, kann man die umarmen schon? Hat halt eine sehr gute Figur, ne? Oh nein, wir tanzen mal mit. Ja, gut. Freundschaftlich. Zuwendung. Hüftstoß. Freundschaftlich. Zuwendung. Umarmung. Einheizung. Einheizen. Ne, warte mal nicht einheizen. Das ist Quatsch. Ähm. Über Logikred zu reden, können wir mal versuchen. Ah, freundlich. Komplimente. Mal über zusprechen. Was haben wir denn noch? Geschichten, Hobbys. So, setz dich mal hin. Wartest mal, bis die wieder... Also, jetzt bin ich ja... Also, das ist jetzt gerade ein bisschen... Bisschen... Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Bisschen merkwürdig, dass ich mit so einem jungen Mädel jetzt hier rumsitze. Aber gut, ich weiß ja gar nicht, wie alt die eigentlich ist. Das wäre ja mal ganz interessant. Ah, gut. Ein bisschen quatschen kann man ja. Ein bisschen von den Dressen schwärmen. Guck mal, wir mal mit tanzen. Mit Kauli tanzen. Aha. Oh, 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 oh. Warum geht die eigentlich in mein Schlafzimmer? Den Rotz aus. Äh, pass mal auf. Wir machen mal folgendes. Wir wechseln mal den Sender und machen mal Elektronika. Elektronika. Ja, cool. Was haben wir denn noch so schönes? Mhh, Komplimente? Wollen wir mal einheizen. Mal sehen, was da passiert. Was soll der jetzt? Oh, Stan ist älter geworden. Oh, Stan ist älter geworden. Haben wir denn noch so schönes? Wollen wir mal freundlich? Tiefgründige Gedanken. Tiefgründige Gedanken kommt jetzt umgekürt. Oh, Stan ist älter geworden. Oh, Stan ist älter geworden. Dann machen wir auch noch mal. Finnefest Scepter. Ebony. Alexa. Bobaneth. Gorobane. Oh, Kidepter. Usma. Ben and Grabin. Mopis. Gramee. Riffna. Riffenball. Bobaneth. Ah, Booray. Iorich, our bow. Gleif in Pissba. Oh. Riffenstoß. Ben and Swarms? Aha. Way bow. On a face, Booy. On a face, Booy. Come on, Nusbeth. Come on, Nusbeth. Come on, Nusbeth. Haha. Sturm, Gar-Shathard. Thark-Thark. Also, es ist, es ist sehr interessant, was jetzt hier gerade passiert, muss ich zugeben. Also... Oh, Tinkwell. Su-Sul, Terriff. Fluf, Garf. Winta. Gapahorn. Unix, Snau. Aha. Muska Garul. Muska, Gidim. Oh, Teller Jim Wimsy. Siwa. Goba. Philippuk. Charbedaza. Utsa. Kumau. Also, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt hier. Ich bin vor allem gespannt, was jetzt hier passiert. Was da hier draus wird. Geht die jetzt nach Hause? Nö. Dude. Nö. Nur für B. Ein Bugpfeifen gehen. Das wäre geil. Das wäre geil. Schütte Bugpfeifen wir jetzt rein zum Mund. Boah, das wäre also so krass. Eine volle Backpläne reinfüllen, reinzüllen, ey. Jetzt könnten wir ja mal jetzt könnten wir ja mal hier so ein bisschen tiefgründige Gedanken sind eine tiefgründige Unterhaltung. Man muss ja die jungen Leute man muss ja die jungen Leute muss man ja immer ein bisschen ernst nehmen, ne? Sie, Sie, Sie! So, so lange kommt man eigentlich noch nie Ja, man, ich will ja die jungen. Das ist so schön. Okay, die will mit Elena reden. Es ist wirklich wahnsinnig interessant, was hier jetzt passiert gerade. Das könnte eine gute Freundin werden, ja. Komm, wir machen nochmal eine tiefgründige Unterhaltung, dann schmeicheln wir eher noch ein bisschen... Okay, 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 sehr schön. Frühstücken, Pfannkuchen. So, der muss halt auf Arbeit. Ähm, das wird natürlich wichtig. Gut. Schön, die geht von Elena. Ist gut. So, das war natürlich, Leute, das war jetzt für Stan eine krasse Nacht. Mit so einem Mädel hier alleine. Eine wirklich krasse, krasse Nacht. Aber, wie gesagt, die große Sache, also die wirklich große Sache ist Elena. Ha 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 ha. Ha ha ha. So, dann würde ich sagen, verwenden wir das noch und gehen ein bisschen schlafen. Ähm, wir müssen auf Arbeit und zwar 14 Uhr. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen pennen gehen. Das ist wichtig. So, dann geht er dann mal schnell duschen. Da sieht er schon wieder traurig. So, da geht's mal auf Arbeit, hm? Mal gucken. Mal sehen, was er an Kohle mitbringt heute. Es ist, ja, äh... Außerdem hat er tolle Arbeit geleistet. Naja, das ist doch gut. So hört man das doch gern. So, wichtig. Wir räumen das schnell auf. Wir essen schnell was. Zu Abend essen... Machen wir Chili. Ähm... Und dann geht's schlafen. So, genau. Gegessen hat er erst mal. Dann, äh... Dann würde er schlafen gehen. Und wenn der schlafen war... Oh, das... Wir müssen... Ähm... Oberfläche reinigen. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja krass. Das Ding sieht ja aus. Äh... Das können wir auch nicht. Blase. Gut, sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal... schnell duschen. Und wenn wir schnell duschen wollen, dann... Putzen mit Elan. Müssen wir heute auf Arbeiten? Nee, ne? Ah, doch, doch, doch. Wieder 14 Uhr. Ja. Immer 14 Uhr, ne? So, gut. Richtig geduscht. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. So, und... Ähm... Ja, was machen wir jetzt noch Schönes? Ähm... Das ist jetzt die Frage, ne? Was wir jetzt hier noch so ein bisschen machen. Wir könnten mal... Könnten mal mal ein bisschen was lesen. So, und zwar... Lesen wir mal was. Angel sie dir. Ja, das ist gut. Das ist, glaube ich, ganz gut für Elena. Und bevor wir dann... Gehen... Promatisieren. Frühstücken. Was haben wir denn? Röhrein mit Speck. Kann man dann mal machen. Röhrein mit Speck. Das ist doch ganz gut. Und dann müssten wir vielleicht sogar mal Elena. Das wäre mal ganz interessant. Könnten wir vielleicht... Zähne rum oder so mal anrufen. Könnten wir eigentlich jetzt mal anrufen. Unterhaltung. Sozial. Videospielfähigkeit erworben. Videospielfähigkeit erworben. So, also... Passt auf. Und zwar sozial. Plaudern mit... Elena. Wunderschön. Mit wem können wir denn noch so ein bisschen plaudern? Sozial. Äh... Elena ist großartig. Ja, weiß ich. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. So, äh... Mit der kann man ein bisschen plaudern. So, wem können wir denn mal eine SMS senden? Heutige Post wurde zugestellt. Ne, warte. Wie ist denn das? Konkaroo! Hallo! Oh, Tella Jim Wibsey. Hallo, Balom. Hoho, Harpin. Oh, hoho. Charbonah. Das ist eine hübsche, ne? Das ist eine, das ist eine, das ist die, die ist ja noch hübscher als die, die ist ja noch hübscher als die. Das ist eine, die ich nicht mehr so hübscher als die, die ich nicht mehr so hübscher als die, die ich nicht mehr so hübscher als die. So, hm, was kommt das? Dann gucken wir den mal rechnen. Oh, was? Toll, mein Lohn weg. Oh, ne. Ist ja krank. So, gut, ähm, da würde ich sagen, gehen wir mal noch ein bisschen hier hin und lassen mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. Ja, und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder geschafft für heute, meine Lieben. Ähm, der Stan, wie gesagt, hat zwei neue Leute kennengelernt. Eine ist eine Freundin geworden. Elena ist eine, ist eine gute Freundin geworden. Die wollen wir natürlich ein bisschen, ich sag mal ganz lieb, ein bisschen bearbeiten, ne? Dass das vielleicht ein bisschen interessanter wird, die ganze Geschichte. Ähm, ja, und die Carolin könnte eine gute Freundin werden, ne? Muss man mal gucken. Die, die jetzt gerade hier vorm Haus stand, hübsch, aber ich glaube nix in der Kirche. Also, ne, also da, da wird nicht viel gehen. Schauen wir mal. Gut, ich lasse den jetzt noch auf Arbeit gehen und sag aber erst schon mal Tschüssi, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und guckt gerne in die anderen Projekte rein, ne? Übrigens, wenn ihr alle Links zu meinen Social Media Kanälen haben wollt, weil da gibt's immer viel Bilder und so Sachen und Neuigkeiten und so, alle sind in der Videobeschreibung unten drin. Linktree. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.